Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Kita für systemrelevante Berufe, die Homeoffice-Regel erklärt und Streit beim Verfassungsschutz. Und damit Hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 21. Januar. In Berlin gibt es 732 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom Mittwochabend hervor. 39 weitere Menschen sind verstorben. Weiterhin stehen zwei von drei Corona-Ampeln auf rot. Fast jedes dritte in der Hauptstadt verfügbare Krankenhausintensivbett ist aktuell mit einem Covid-Patienten belegt. Die Bettenauslastung liegt bei 30,5 Prozent. Ebenfalls rot zeigt die Ampel der Sieben-Tage-Inzidenz. In einer Woche haben sich auf 100.000 Einwohner gerechnet 136,6 Berliner infiziert. Die hoch ansteckende britische Corona-Mutation B117 ist in Kliniken der Charité angekommen. Die Virusvariante wurde in Proben aus der Charité-Station in Berlin-Wedding nachgewiesen. Aktuell wird geprüft, ob die Probe von einem Patienten oder einem Mitarbeiter stammt. Laut einer Tagesspiegel-Recherche ist die zunächst in England entdeckte Virusvariante auch in Deutschland deutlich stärker verbreitet als bisher bekannt. Der Senat hat den Bund-Länder-Beschluss in einer Sondersitzung am Mittwoch umgesetzt. Der Lockdown wird in Berlin bis zum 14. Februar verlängert. Die bisherigen Kontaktbeschränkungen gelten ebenfalls weiter. Ab Sonntag gilt im ÖPNV und in Geschäften die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Dazu zählen FFP2, aber auch sogenannte OP-Masken. Einfache Stoffmasken sind nicht mehr ausreichend. Empfänger von Transferleistungen und Obdachlose können sich entsprechende Masken in den Bezirksämtern kostenlos abholen. Darauf hatten Grüne und Linke vor der Senatssitzung gedrängt. Der Senat hat auch die Kita-Betreuung bis zum 14. Februar geregelt. Ab Montag werden Kitas in Berlin grundsätzlich geschlossen. Es gibt eine Notbetreuung für festgelegte Gruppen. Bisher hatte der Senat lediglich an die Eltern appelliert, ihre Kinder nur in unbedingt notwendigen Fällen in die Kita zu bringen. Die Notbetreuung steht nun nur Alleinerziehenden und Familien in einer sozial schwierigen Situation oder mit besonderem pädagogischem Bedarf zu. Außerdem besteht ein Anspruch, wenn mindestens ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet. Die 28-seitige Liste mit den systemrelevanten Berufen kann auf der Internetseite der Bildungsverwaltung angesehen werden. Zu ihnen zählen beispielsweise Arbeiter in der Strom-, Gas- und Wasserversorgung, medizinisches Personal, Polizei und Feuerwehr, aber auch Journalisten und Lehrer. Unternehmen sind mindestens bis zum 15. März verpflichtet, ihren Beschäftigten Homeoffice zu ermöglichen, soweit die Tätigkeit dies zulässt. Das geht aus der vom Arbeitsministerium erlassenen Corona-Arbeitsschutzverordnung hervor. Konkret bedeutet die Regel, dass Arbeitgeber verpflichtet sind, ihren Angestellten anzubieten, Büroarbeiten im Homeoffice zu erledigen. Diese Pflicht kann nur umgangen werden, wenn zwingende betriebsbedingte Gründe gegen Homeoffice sprechen. Zusätzlich gelten schärfere Regeln am Arbeitsplatz. Nutzen mehrere Angestellte einen Raum, müssen pro Person mindestens 10 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Ist dies nicht möglich, muss der Arbeitgeber medizinische Masken für das Personal zur Verfügung stellen. Die Corona-Hilfen für Solo-Selbstständige werden erhöht. Von der sogenannten Neustarthilfe sollen nun auch Schauspieler profitieren. Die Hilfen werden von bisher 25 Prozent auf nun 50 Prozent des Vergleichsumsatzes in Nicht-Pandemie-Zeiten erhöht. Außerdem wird die maximal mögliche Förderhöhe von bisher 5.000 Euro auf 7.500 Euro angehoben. Neu ist, dass sogenannte unständige Beschäftigte die Hilfe beantragen können. Damit soll Schauspielern geholfen werden, die oft unständig beschäftigt sind. Graffiti-Sprayer haben einem U-Bahn-Fahrer in Reineckendorf Farbe ins Gesicht gesprüht. Laut Polizeiangaben soll eine rund 20-köpfige Gruppe in der Nacht zum Mittwoch die Notbremse in einem Zug der U6 gezogen haben. Daraufhin besprühten sie die Station Ottisstraße. Der 57-jährige Zugführer stieg aus und näherte sich der Gruppe, woraufhin sie ihm ins Gesicht sprayten. Dank seiner Brille und dem Mund-Nasen-Schutz erlitt der Mann keine Verletzungen. Die Polizei konnte zwei der mutmaßlichen Sprayer in der Folge festnehmen. Ein Bericht des Berliner Verfassungsschutz zur AfD sorgt für Ärger in der Innenverwaltung. Ein nicht-öffentliches Gutachten aus dem Dezember sieht bei der Berliner AfD keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte der Verfassungsfeindlichkeit, die eine Einstufung als Verdachtsfall rechtfertigen würden. Zuletzt hatte der Bundesverfassungsschutz bekannt gegeben, die AfD bundesweit als Verdachtsfall einstufen zu wollen. Dadurch hätte der Geheimdienst unter anderem das Recht, die AfD abzuhören oder mit V-Leuten zu bespitzeln. Laut Informationen der Berliner Zeitung denkt die Innenverwaltung nun darüber nach, den Autor des Gutachtens zu feuern. Ein Sprecher nannte methodische Mängel als Grund. Innensenator Andreas Geisel habe nicht persönlich in den Fall eingegriffen. Und damit zu den Wetteraussichten. In der Donnerstagnacht gibt es viel Regen bei Temperaturen von immer noch 7 Grad. Der Freitag startet bedeckt mit Temperaturen um die 7 Grad. Im Laufe des Tages kühlt es deutlich ab. Die Sonne zeigt sich immer wieder für einige Momente. Pünktlich zum Wochenendstart kühlen die Temperaturen in Berlin deutlich ab. Samstag erwartet uns leichter Regen bei 2 Grad. Sonntag und Montag sinkt die Gradzahl auf 1 und der Himmel zeigt sich ganztägig bewölkt. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen einen schönen Abend und bis morgen.